Was macht ihr denn hier, Freunde? Ihr seid ja auch wieder da, ne? Und, hä? Moment mal, wo sind wir denn hier? Wir sind einfach... Hä? Wer schnarcht denn hier so? Auf jeden Fall sind wir... Hey, Ruhe da drüben! Hä? Wir sind hier einfach mit der Alterbeule-Familie im Gefängnis. Aber, hä, was ist denn das da drüben? Moment mal! Das sieht ja aus wie Alpha-Stein! Alpha! Aufstehen! Hä? Moment mal! Ich glaube, der schläft da drüben. Wir müssen mal gucken, ob wir hier in der Zelle irgendwas haben, womit wir rüber können. Unterm Bett? Nee. In der Toilette auch nicht? Hä? Fläche unterm Teppich? Moment mal! Da ist nichts! Hier auch nicht! Aber, hä? Leute! Hier ist ne Kiste! Oh mein Gott! Ich hab niemals gedacht, dass wir hier ne Kiste finden! So ein Zufall aber auch! Lucky Black hat ne Spitzhacke! Moment mal! Vielleicht kann er da drüben... Der ist endlich mal weg! Hä? Moment mal! Das ist ja Alpha-Stein! Ja! Was macht der denn hier? Alpha! Hä? 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 Äh, ich muss auf die Nette! Äh, ich hab für meinen Po! Äh! Alpha! Hä? Einti! Ja? Warum bist du mit der Familie hier? Lol! Mein Broke, äh, Delta-Stein! Und das ist... Epsilon-Stein! Lol! Ja! Komm mal rüber! Hier ist einfach... Zwei Alterbeule! Lol! Das ist ein Banker! Das ist eine erfolgreiche Alterbeule! Und Frostbeule ist auch hier! Lol! Das sieht aus, als würde er auf der Straße, äh, Lucky Blackwell suchen! Ja! Wie auch immer, Mama, wie sind wir ins Gefängnis gekommen? Ja, was hast du getan? Und warum mit der ganzen Familie? Das heißt, wir müssen was richtig Schlimmes gemacht haben! Ich hab hier eben einfach eine Spitzlage gefunden und Lucky Black im Zwei Stück! Und du gehst mir einen ab! Ja klaro! Los geht's! Raus hier! Nur ein Lucky Block! Als ob er damit rauskommt! Das ist doch viel zu schwer! Verzaubern, Peh! Ich muss übelst Glück haben! Bist du bereit? Bereit! Drei, zwei, eins! Ja! Ja! Hä? Prinsesse! Oh! Diamant, das bringt uns auch nicht viel! Bau den ab, doch! Du kannst mir die Spitzhacke machen, wenn wir Holz haben! Aber wir müssen hier erstmal raus! Hä? Aber vorsichtig, sind da keine Wächter? Ich glaub nicht! Wir müssen mit der ganzen Familie ausbrechen! Leute! Leute, ihr kommt alle nach einfach, okay? Wir müssen los, Bros! Hä? Wir machen euch den Weg frei! Wir machen euch den Weg frei! Dass alles safe ist! Wir holen euch später nach! Aber jetzt erstmal raus hier! Ich würde sagen, es ist mega gut! Wir müssen echt aufpassen! Und es ist hier brandgefährlich! Hä? Ist grad Mittagspause oder warum sind hier keine Polizisten mehr? Äh! Ich weiß nicht! Ich glaub, die haben grad Pause! Wie Pause? Ja, vielleicht sind die alle in der Cafeteria! Dann sollten wir schleunigst... Nicht da lang gehen, sondern geradeaus! Folg mir! Lauf, lauf, lauf! Aber vorsichtig! Die Oben, die Erklärer vorsichtig sein! Und? Das ist auch keine Eure! Wow! Halt vor! Oh mein Gott! Da oben ist einfach ein Wächter! Hat der uns gesehen? Ich glaube ja nicht! Der ist momentan, glaub ich, am Schlafen oder so! Wir sollten echt aufpassen! Komm rein! Oh mein Gott! Richtig gefährlich! Oh mein Gott! Was ist denn Kisten? Oh, hier sind Kisten! Lucky Blöcke! Allerweine! Lol! Einfach Lucky Blöcke! Hä? Was machen die hier? Ich glaube, die Leute... Also die Polizisten heben die Lucky Blöcke hier auf und verstecken die vor uns! Oh mein Gott! Und die machen, glaub ich, damit illegale Geschäfte! Ich glaub, die kaufen... Äh, verkaufen diese Lucky Blöcke! Ja! Aber nicht mit uns! Weiter geht's! Aufmachen los! Los geht's! Los! Ich hab die Bazooka! Äh, das ist nicht so eine gute Idee, das zu machen! Okay, dann nicht! Später vielleicht! Guck mal, ich bin schnell! Wie Flash! Wow! Ja, richtig! Noch eine Bazooka! Nimm die! Aber nicht benutzen! Ja gut, du meinst... So als sichere Waffe, ne? Ja! Falls die Bullen kommen, wir machen die kaputt! Alter, Schwede, die haben gerade eine Chance gegen uns! Werden die besiegen! Alter, die haben einfach so viele Herzen, Mensch! Ja, ich hab' einen guten OP-Äpfel! Omega-Äpfel! Zeig mal! Ich hab' auch schon Äpfel bekommen hier! Ro-Äpfel! Nur für dich, Mensch! Oh, danke schön! Nur für meine Freunde! Du, Chee Lucky Block! Ey, damit kriegt man ja voll oft Items, womit man fliegen kann! Ja! Oh, schade! Aber die wichtige Frage ist, wie kommen wir... Loll! Loll! Guck, man kann einfach hochspringen! Und ich kann fliegen! Tschüss! Oh, da geht's nicht hoch! No, noch nicht! Tschüss, IT! He-He-He-He! Das reicht einfach nicht! Einfach kommen wir rein! Nein, ich darf nicht einer da abhauen! Ich darf nicht egoistisch denken! Du musst auch die anderen nachholen! Ja, ja, ja! Das Ding ist, wir müssen irgendwie jetzt weg! Lass mal einfach... Oh, ich weiß nicht! Lass einfach gucken, ob wir da irgendwie vorbeikommen! Aber ich hab' keine Waffe! Ach, ich auch! Ich mein, wir müssen doch irgendwie jetzt vorbeischleichen können! Boah, schnell irgendeine Waffe! Okay, hab' den Gehachs! Alpha! Ja! Das ist mit Vorsicht zu genießen, der Typ! Ja! Warte! Warte, ich kann hier hochfliegen, dann sieht er mich gar nicht! Weil da in Blöcke zwischen sind! Dann kann man sich nicht sehen! Moment! Ich... Mach den Weg mal frei, Alpha! Wie? Ich hab' ne Idee, komm mit! Ich hab' ne Idee, wenn das klappt, dann... Dann klappt alles, ne? Okay, vorsichtig, warte! Okay, ich komm! Boah! Aufpassen, ich glaube, dass gleich noch mehr kommen! Oh mein Gott! Da ist einfach... Ein Polizist oben, Freunde! Oh! Die haben uns gesehen! Scheiße, das war's! Das war's! Lauf! Mach alles zu! Lauf, Altie! Da, die, da, da! Unsere Familie! Wir müssen unsere Familie mitnehmen! Ja, aber wie? Sollen wir mit der Bazooka alles frei machen? Wir holen die nach! Ist ja unten nicht ein Weg! Nee, auch nicht! Aber die werden doch bestraft, wenn wir abholen und die nicht! Wir holen unsere Familie sowieso noch! Wir müssen jetzt weg! Okay, schnell wie! Warte, ich hab' hier ne Axt! Ich kann hier abbauen! Warte! Aber weiter nicht! Ich brauch' ne Spitzhacke! Ich hab' noch eine! Wo bist du? Hier unten! Ach, ich hab' auch eine aus Holz! Einfach durch hier! Oh mein Gott, ich glaub' ich komm' hier frei! Ja, mach's durch! Alter, schau' mal! Ein Job! Warte! Ich glaub' sie einfach raus geht! In welchem Zimmer ist unsere Familie? Ich glaube, komm her! Die müssen hier herzlichen sein! Ah, du kannst nicht fliegen! Und nein, ich guck' Ich glaub' ich sehe keine! Doch, unsere Familie ist einfach dahinten! Wir müssen gucken! Warte! Halt euch, komm nach! Ich kann damit nichts kaputt machen! Ich vielleicht! Wow! Nein, du komm' nicht durch! Alter, die Maulen sind einfach so sicher, dass man da nichts kaputt machen kann! Aber es muss so eine Möglichkeit geben! Hier! Ich seh deine Familie hier oben! Wo? Hier! Oh mein Gott! Meine... Da ist er! Frustbeule! Leute, kommt mit! Leute! Wir müssen doch noch die anderen aufmachen! Deine Familie holen! Kommt, Leute! Wir haben's geschafft! Schnell! Leute! Wir müssen abhauen! Folgt uns aufs Schiff! Los! Kommt mit! Kommt mit! Hier noch ein paar Sachen für euch! Ich blöcke unten! Mal suchen, damit ihr auch was habt! Macht's gut, Freunde! Bis später! Oh mein Gott! Ich hoffe, die schaffen das auch! Das war einfach unsere Familie! Als ob! Ich kann nicht glauben, dass sie einfach da so gefangen sind! Junge, voll die Arme! Ich glaube, wir sind schuld! Und die müssen dafür, glaube ich, auch in den Knast! Und dafür gerade stehen! Aber warte mal! Nicht gleich aufs Schiff gehen! Ja, warte, ich guck! Ich würde aufpassen! Da könnten immer noch irgendwelche Polizisten sein! Alter! Oh mein Gott! Ich weiß nicht! Wollen wir einfach aufs Schiff oder wie machen wir es? Ja, komm! Wir gehen hier erstmal durch! Guck nach unten! Ja? Hä? Lass einfach doch hier drauf! Erst von oben! Langsam runter! Wir müssen wirklich... Das ist... Oh! Brandgefährlich hier! Oh mein Gott! Ich glaube, die sind alle abgehauen! Ich glaube, die denken, wir sind gerade alle noch im Knast! Okay, dann würde ich sagen... Ähm... Los! Los! Wow! Alter, ich bin einfach am Schiff gelandet! Wo? Du wirst es dir nicht glauben! Im Wasser! Ich sehe dich nicht mehr! Warte, ich komme hoch! Ich habe dich verloren! Ah, hier! Oh mein Gott, gut! Okay, dann holen wir unserer Familie nach, würde ich sagen, ne? Ja, los! Los! Also Leute, wir haben unsere Familie befreit! Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da! Und ein Abo! Schaut bei AlphaPum vorbei! Yeah! Und wir sehen uns beim nächsten Video! Tschüss! Alle beide!